Here we go again, my friends, here we go again Ich muss aufs Klo, was steht? Alter, ich besorg dir einen Korken, ey! Gestorben an Nierenversagen oder sowas, heißt denn bei dir? Jetzt kannst du nicht mehr schreiben, ist natürlich scheiße jetzt, ne? Entschuldigung. Vielleicht eh nicht mehr die Gelegenheit zu schreiben. Was? Halt die Fresse. Press start to play. It's a mia, Mario. Oh Gott, Zombie. Äh, hallo? Oh, ich hab ein Problem. Lass raten, Sprachaktivierung? Ja, er ist auf Messern. Ja, scheiße, ne? Jetzt doch mal der Voice angelassen. Was soll ich jetzt machen? Wie geht denn überhaupt Messern? Auf B oder in V drücken? Kommt drauf an, ob du es auf Taktik hast oder nicht? Ah, komm mal, Goomba. It's a mia, Mario. Warum kann ich hier nicht durch? Die Horror. Was? Die Horror. Die Horror. Die Horror. Passt du noch hui blöd. Das stinkt mir. Jetzt hab ich hier ne Kohle. Wow, äh? Ich geh rückwärts, worum? Äh. Oh, ich hab hier übrigens die Tür aufgekauft, ne? Och, scheiße, ich hab noch zwei Schuss. Die müssen erst den Strom einschalten, Mutti. noch irgendjemand da ja 18 somit ist ja ich konzentriere mich gerade das ist meistens so bei mir dass ich dann stiller werde ja maximale munition die 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 samir mario you wanna buy some mushrooms sommer ja du nicht entschuldigung ich hatte wo es ausgemacht außerdem ich bin auf die falsche taste gekommen ja ja ich bin auf die falsche taste gekommen dann noch und abtraumen die 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 weiterhin käüst und bruten Reality ich muss Platziern umstellen CS tritt Graduate se für heute centrale der ��이 die 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 Israelites h insta kill instagram hallo hört ihr mich ja heute ist der kuppen kurs der tag aus gefliegt am boden gefliegt am boden gefliegt am boden gefliegt ich weiß schon mal dass ich dir jetzt nicht mehr aufhelfen werde wenn ich jetzt gegen das fragezeichen wenn ich jetzt gegen das fragezeichen baller kommt da denn so ein riesen pilz draus wo ich superkräfte bekommen aber ich hoffe dass der riesen pilz tötet dich dann das strom ne das ist der tschuld der kirche die körperchen tausend ah ne auch 1250 boah schreien die um ein städt hier ist die kiste in den mienen müsste es rappelt in der kiste es rappelt im karton don't 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 wenn die ganzen von die kommen gleich ich hab die der mehr gezogen ist die nächste tür 1500 brauchen wir das hier alte f für teil ja das kann sein dass du ein schildteil gefunden hast voll geil ich hab ein schildteil gefunden es ist aber am anfang war auch eine werkbank Das heißt, es wird äh in der letzten Frauen. Ich nehme an, dass es schuld ist. Äh, das hier ist der... werden da, äh, nachgejoint. Keine Ahnung. Ich verstehe das halt nicht. Ich konnte... Ich konnte auch nicht privat einstellen. Keine Ahnung. Du hättest das Passwort einstellen können. Dann können nur die Leute reinjohnen, die es wissen. Ah, da ist ein Teddy. Lass uns mal mitspielen. Wie kann man denn Ingame labern? Ich will den jetzt verarschen. JM23, er wird gekillt. Noob, noob. Ich hab die MX Grand gezogen, äh. Größeren Dreck hätt sie mir auch nicht geben können. Kiste. Was auch immer das ist. Äh. Die kannst du nur nachladen, wenn sie leer ist. Achso. Wenn wirklich Schaden Kepp, pass auf, hinter dir spawnen welche. Kaboom. Boom, 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 boom. I want you in my room. Jetzt gehen wir an die Kiste. Aber wir haben sogar noch 800 Funke gekriegt. Das ist nice. Wo ist denn diese Upgrade-Kiste? Hey, lass mich doch auch mal ziehen. Da kriegst du ne random Waffe raus. Ist das meine? Ich will auch mal jetzt. Ja, dann halt F gedrückt. Wenn du... Das ist... Das ist... Er kriegt die DG2. Da ist ne Wunderwaffe gezogen, ne? Wunderwaffe die DG2. Wenn du damit schießt, dann äh... Kommen so... Flitze, könnte man das nennen. Diese Lache, diese dreckige Waffe. Also wir sollten aber jetzt mal gucken, dass wir weiterkommen, dass wir den Strom finden, damit wir Jugger anmachen können. Ich brauche ne Werkbank. Richtig? Ach, Hunderunde. Du erinnerst dich an die Hunde? Ja. Boah, was ist denn du da? Wer hat die DG2? Was spannendes, was zu spielen? Schokolade! Das ist die Wunderwaffe aus, äh... Stein. Beziehungsweise der Riese. Die zu mir. Romyat. Ich hoffe, Romyat stirbt einfach nur. Versteck mich hinter dir. Esse, du kleiner Pimmel, ey. Aber die Hunde sind personenbezogen. Das heißt, wenn da ein Hund kommt, der zu dir gehört, dann geht der auch zu dir. Ja, deswegen verstecke ich mich auch hinter ihm. Ja, deswegen verstecke ich mich auch hinter ihm. Können wir dich doppelte Hunde krieg, ne? Ach komm, aber viele Hunde. Das sind ja auch viele Leute. Oh, ich weiß nicht, wer mir da grad den Arsch gerettet hat, aber irgendjemand hat mir den Arsch gerettet. Ich. Danke. Das siehst du immer an den Blitzen. Entschuldigung. Habt ihr alle nachgeladen? Ja. Maximale Munition! Tim! Strom! Strom! Gib mir eine Nule Alkohle! Ah, da ist noch ein Teddy. Hier ist... Doppelfeuer. Da macht A7 Stamen ab. Boah, wir hatten da ne 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 Tötungsdelikt da, der. Man, ich will so ein Upgrade-Dingens haben. Ich will diese Waffe hier upgraden. Ich will die perfekteste Strom-Kaboomster-Dingster-Boomster haben, wie es so geht. Mh, da müssen wir gucken, woher das kommt. Ich hab den Zombie hinter dir gekillt. Sag nicht, ey! Ich hab das aber gespürt, irgendwie. Hallo? Was? Du hast es gespürt? Alles! Ja! Da kam so ein Effekt im Bild. Ja, ja, da kam der Lauf. Ich versteh das schon. Du hast den Lauf gespürt. Ach du Scheiße. Töte. Äh, davon ist ein Wallrun. Ist das hier so runtergesprungen? Ja, du wirst aber wieder gesprungen. Das ist ein Wallrun. Wann ich was? Ey. Bzzzzz. Scheiße. Was macht ihr denn? Ich kann das mit der... Wie macht man das denn mit der Wall? Du musst da gegen die Wand springen. Ja, ja, aber... Muss ich dann springen, äh, rennen gedrückt halten? Du musst einfach weiterlaufen. Ja, schab ich. Chum, 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 tschüss. Oh Gott. Ich falle da noch runter. Ehh. Hr. Ok, hier geht's in die Reiche. Guck mal hier jetzt. Pass mal auf hier. Guck mal. Wiiiiiii. Jetzt an mir! Romy. Oh, tschüss! Scheiße, wie soll man denn da weiterkommen, ey? Ich bin jetzt gekommen, dass uns keiner wiederbelebt, wenn ich verrecke, weil ihr da nicht rüberkommt. Bist du schon drüben? Ja. Ach du Freak, ey. Ich bin auch drüben. Ey, ihr, ihr. Ihr habt doch alle mit einer Kalaschikow gespielt, ey. Na, wieso das? An dem Wall-Round kommen doch keine Zombies. Wo ist denn da jetzt verreckt? Der Typ da! Und ich bin alleine hier drüben. Ja, das ist gebrüben. Komm, du schaffst das. Ja, du schaffst das. So ist doch deine Superwaffe. Und jetzt mich alleine lassen, oder was? Ja. Okay, cool. Nicht super. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich doch wieder zurückschaffe. Dann guck mal zurück! Guck mal zurück! Ja, ich bin doch schon zurückgekommen, Mann! Was? Der Ding hält sich ein ab, ey! Und wo gibt es das? Sag genau, oder was auch immer? Oh, dafür muss es zurückkommen. Oh, wow. Ja. Ich habe das Gefühl, der hat keine Waffe. Man kann ja einfach runterspringen, um zurückzukommen. Wo ist denn der? Äh... It's in mir, scheiße, jo! Moritz. Da vorne ist der, Alter. Yay! Pasha, dank dir für den Follow. Pasha. Pusher, sag ich, meine ich. Nicht Pasha. Pasha ist hier. Einen wunderschönen guten Abend. Pusher wünsche ich dir. Weißt du, der Typ will mir sagen, ich bin total schlecht in dem Spiel. Weißt du aber, was Pack-Up-Punch ist, ja? Was? Oh, ich bin beim Jagatrink gestorben. Ich bin beim Jagatrink gestorben. Ich stelle der Lara mal viele Grüße. Alter, ich bin zu blöd, dieses Wall-Laufen hier zu machen. Alter. Ja, das denke ich schon auch gerade. Danke, Kev. Bitte. Ich bin gar nicht laut, das Spiel. Das könnte doch nicht wahr sein. Rufig. Ey, das steht sogar unten, wenn du da runterfliegst. Bist du ein bisschen schlecht, Rumjad? Was? Ob du wie es jetzt schlecht bist? Nein, ich renne gerade ins Licht. Alter, ich bin zu blöd, gegen diese Wand zu springen, ey. Ich habe das eben einmal geschafft, ne? Und jetzt... Hier frisst meine Blitze, ihr Kackhaufen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass Sale war. Sale ist ein geiles Lied. Oh, ich habe die M1927 gekriegt. Bist du drüben? Äh, nee. Ich bin noch hier. Warum versuche ich denn überhaupt da rüber zu kommen? Ruh mir, ich zeig dir mal, wie das geht, okay? Ich zeig dir mal, dass du 1250, äh, nicht 1250, äh, 21200 Punkte brauchst. Alter, ich komme nicht gegen die andere Wand. Siehst du das, wie ich das schaffe, Rumjad? Ich habe nicht aufgepasst, Entschuldigung. Scheiße. Der Typ ist auch hier drüben. Schön, dass der Typ da drüben ist. Wow. Ich will ja nicht sagen, dass ich jetzt auch drüben bin, ja? Ich bin runtergefallen! Ich bin nicht tot. Alter, pass auf, dass du keinen Asthma anfallen kriegst beim Lachen, ey. Nein, ich bin an der Wand vorbeigesprungen. Oh, hallo. Hinter dir, hinter dir, renn weg! Also ich würde ihn jetzt nicht wiederbeleben wollen. Du bist dann nur leidig auf meine Blitzwaffe. Ja, schon ein bisschen. Und ist der Typ tot? Neh die Pistole in die Hand, dann wird es einfacher. Okay. Guck mal, wenigstens einer, der mir Tipps gibt, ey. Nein, das war kein Typ. Du bist ein bisschen zu wein. Ich kann nur vom Buschel gekommen sein. Nein, ich bin daneben gesprungen! Oh shit. Nein, ich falle! Ich bin schon wieder unten. Wer liegt denn da drüben? Ich! Das war krass! Ne, ich meine auf der anderen Seite drüben. Ach so. Ich hoffe, Kev. Nein, ich leb noch. Hallo? Guck mal, hier dringend auf mit zu lachen, ey. Was ist die Argus für ne Waffe? Schotflinte. Was ist der Argus für ne Waffe? Schotflinte. Und was ist die MK2? Mortal Kombat 2. Lara ist die MK2 gut? Wie er dringend auf dem Lara umschwingt. Ach egal, ich nehm irgendeine Waffe. Wie schön lachst du. Kev? Ja? Du kannst mal stehen. Nein. Dreh ich mal um. Alter, ich bin zu blöd an diese andere Wand zu klatschen, ey. Oh scheiße, ich bin runtergebrochen. Da kommen Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Wuffis. Oh oh. Ich weiß immer nicht, wo dieses Puck and Punch ist. Ja, ich bin zu hell dafür. Oh oh. Pass auf, da kommt ein Hund. Oh oh. Nein. Ich hab keine Muni mehr. Oh. Das ist doch alles nicht wahr, ey. Da... Fress die... Scheiße doch einfach! Oh oh. Schöner braver Köter. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, tut mir das aber leid, Köter. Er kommt zurück zu dir gelaufen. Nein, das sieht nur so aus. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, komm. Juhu, ich liege am Rande des Abgrunds. Der tollen Junde kommt zu mir, danke. Für diesen guten Morgen, danke. Vielen neuen Tag. Danke. Herr, ich will... Du lebst mich jetzt nicht wieder auf... ACHTUNG! Oh, ich bin schon wieder runtergefallen, Alter. Der kriegt sich heute nicht mehr ein. Was ist denn mit dir los, ey? Achso. Ich... Ich... Ich will die Spitz... Äh, die Spritze in ihn stecken. Ich komm da einfach nicht rüber, verdammte Scheiße! Wenn du... Wenn du... Warte mal einen Moment. Du musst nicht von da auf deinem... Du musst zuerst an die gegenüberliegende Wand spielen. Ja, das mach ich doch! Ciao. So, guck hier. Wieso bin ich jetzt runtergefallen? Ich bin nicht runtergefallen. Ich renne so weiter hier. Ne, ich bin runtergefallen. Das weiß ich nicht. Vielleicht weil du nicht an die gegenüberliegende Wand gesprungen bist. Ihr müsst, Alu, ich bin ich hier alleine. Ey, du bist... Ach, du hast jetzt echt den Kummer geschafft. Oh nein. Nein. Ich schaff's jetzt nicht mehr. Das tut mir aber natürlich leid. Ich kann nicht mehr spielen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr verlassen. Ich bin drüben. Ich bin drüben! Warum, da sind Zombies! Das kann auch sein, dass später mal Kriecher kommen, ne? Für Kriecher ist Kev verantwortlich, ich kenne dich damit aus. Nein! 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 Scheiße! Toll, Lara, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich bin sehr wunderbar für Schieße. Hab ich gemacht. Lass mich wieder beleben. Guck, ich bin gut, ne? Oh Mann. Kauf dir nach Hell, wenn du 4000 Punkte hast, mal das hier. Ne was? Das hier. Den Automaten. Ja. Was ist diese L4 Sieg oder wie auch immer? Das ist ein Raketenwerfer. Oh wow. Ich bin zu blöd für dieses Spiel. Ich bin einfach zu blöd für dieses Spiel. Ich werde alles für dich machen. Töööööööööö. Au bo Brent!